Musik Herzlich Willkommen! Gott erhört Gebet. Das haben wir gerade wieder bei unserem Gebetserlebnistag erlebt. Es ist einfach wunderbar, was Gott für Möglichkeiten hat. Wir haben gehört, dass jemand, der dringend eine Wohnung suchte und von einem, den er gar nicht kannte, eine Wohnung vererbt bekam. Ist das nicht großartig? Hoffnung um zwölf. Wir wollen dich ermutigen. Mit großartigen Dingen, Zeugnissen und auch für dich beten. Heute auch das Thema, die aktuelle Wahrheit. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Die aktuelle Wahrheit. Deine Sicherheit liegt nicht in den Händen von Politik, nicht in den Händen von Social Media. Daumen hoch, Daumen runter. Deine Sicherheit liegt auch nicht in der Theologie oder den aktuellen Meinungen. Es ist ja eine verrückte Zeit und wir fühlen uns nicht immer mehr sicher. Ich meine jetzt nicht irgendwo kriegsmäßig oder so. Nein, sondern auch unser Leben, unsere Emotionen und so weiter. Ja, deine Wahrheit ist die Resonanz, ist das Echo von dem, was in dir lebt. Und da möchte ich fragen, was lebt in dir? Lebt in dir das neueste Video, das grausame Video, lebt in dir irgendwelche Streitereien in der Ehe oder irgendwo mit den Kindern? Und da kommt immer, die Wahrheit kommt raus, nicht die Wahrheit von Gott, sondern die Wahrheit, die in dir lebt. Du lebst eigentlich das wie ein Echo. Ja, was lebt in dir? Und wir Christen sagen, ja, der Heilige Geist lebt in uns. Richtig. Aber was lässt du raus? Das, was gerade dich bewegt oder wirklich, was Gott für dein Leben sagt? Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich an deiner Wahrheit festhalten. Bei all dem Grausam, das wir in dieser Zeit erleben, bei all den schlimmen Dingen, die wir sehen. Herr, ich danke dir dafür. Lass wirklich in uns deine Wahrheit leben. Herr, nicht nur eine Entscheidung als Christ, sondern in dir deine Wahrheit leben, dass wir mit dieser Wahrheit auch eine Ausstrahlung haben, die anders ist als Menschen, die dich nicht kennen. Amen. Und wir möchten auch heute wieder für Menschen beten, die eine Hilfe brauchen, die von Gott Hilfe brauchen. Und ein Gebetsanliegen ist für eine Mutter, die einen Tumor hat. Bitte inständig ums Gebet für meine Mutter. Sie hat einen Tumor und ich bitte, dass Gott sie wieder gesund macht und sie wieder ein gesundes Leben führen kann. Bitte um vollständige Genesung und dass auch meine psychosomatischen Beschwerden dadurch wieder besser werden. Und Jesus, wir danken dir, dass du weißt um diese Mutter und ich danke dir, dass du diesen Tumor wegnimmst. Danke, dass jede Zelle austrocknet, die da nicht hingehört. Danke, dass deine Heilungskraft auch heute noch mächtig ist. Und wir danken dir, dass du diese Mutter berührst, dass sie vollkommen gesund ist und dass dieser Tumor entmachtet ist durch dein Blut. Und ich danke dir auch für die Tochter, dass diese psychosomatischen Beschwerden verschwinden. Danke, Jesus, dass sie sich keine Sorgen mehr machen muss und dass du wirklich deinen Frieden in ihr Herz legst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann bittet für seine Frau um Gebet. Er schreibt, meine Frau leidet seit vielen Wochen an einem schweren Lungeninfekt, wodurch auch die Sauerstoffsättigung beeinträchtigt ist. Sie ist zudem herzkrank und hat seit vielen Jahren eine Wirbelkanalstenose. Bitte betet für ihre Heilung. Vielen Dank und Gottes reichen Segen für eure wertvolle Arbeit. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch diese Frau kennst, die unter diesem Lungenleiden leidet, unter diesem Infekt und im Zusammenhang auch mit dem Sauerstoff und alles, was da wirklich mit zusammenhängt, dass das verschwindet. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Heiler bist, dass du wirklich da deine wunderbaren Heilungskraft hindurchfließen lässt. Danke, Jesus, dass alles wieder in Ordnung kommt, dass diese Lunge heil ist, auch dieser Wirbelkanalstenose. Danke, dass da wieder durchgängig ist und dass diese Stenose erweitert wird und das wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, schreib uns deine Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Verdacht auf MS. Ein Mann bittet um Gebet. Bitte um Gebetsunterstützung, da bei einem MRT des Kopfes Entzündungen im Gehirn festgestellt wurden. Verschiedene Symptome deuten auf eine MS-Erkrankung hin. Ich bin euch dankbar, wenn auch ihr im Gebet an mich denkt und dafür betet, dass sich der Verdacht der Ärzte nicht bestätigt. Ja, das wollen wir gerade tun. Herr, ich danke dir dafür, dass sich wirklich dieser Verdacht der Ärzte, die aus Erfahrungen irgendwelche Diagnose stellen, dass sich das nicht bestätigt. Ich danke dir dafür. Herr, tu du das Wunder, dass dieselben Ärzte entdecken, dass es nicht der Wahrheit entspricht, dass die Krankheit nicht im Anfangsstadium ist und nicht irgendwo begonnen hat oder irgendwo hinter irgendwelchen Dingen lauert. Danke, Herr, dass wir eine Heilung ausrufen dürfen, dass wir das Wunder ausrufen dürfen eines gesunden Menschen. Amen. Amen. Und um Eheprobleme geht es beim nächsten Gebetsanliegen. Bitte betet für meine Familie. Der Feind hat sich in unsere Ehe eingeschlichen. Wir stehen kurz vor der Trennung. Meine Frau möchte sich trennen. Ich liebe meine Frau und unsere drei Kinder. Bitte betet, dass Gott unsere Ehe wieder stark macht und wir vielen Menschen dadurch helfen können. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst diesen Wunsch, der vom Herzen kommt. Du siehst aber auch die Situation, wo Vergebung mangelt, wo irgendwelche Dinge eingeschlafen sind oder, Herr, die Liebe erkaltet ist. Und danke, Herr, dass wieder eine neue Liebe hineinkommt. Eine Vergebung auch für Fehler, wo der andere gemacht hat und auch Dinge, die irgendwo sich hochgespielt haben. Ich danke dir dafür, dass du der Helfer, dass du der Heiler bist, dass du der Befreier bist, dass wieder wirklich Liebe hineinkommt und dass diese Ehe, Herr, wieder wunderbar funktioniert. Danke. Amen. Amen. Und wunderbare Zeugnisse haben wir wieder erhalten. Und ich habe wieder einige mitgebracht und möchte sie vorlesen. Von großartigen Veränderungen in ihrem Leben schreibt diese Frau, Ihr seid auf meinem Glaubensweg sehr wichtig gewesen. 2017 war ich im Abrahamscamp dabei, in Israel. Danach spürte ich in mir, dass ich mich taufen lassen möchte. 2021 ließen mein Mann und ich uns taufen. Das macht mich so froh und dankbar. Gott hat auch in unsere Ehe eingegriffen und Veränderungen gebracht. Mein Mann wurde von der Sexsucht befreit und mich heilte der Herr von Depressionen und Alkohol. Halleluja. Unser Gott ist groß und Dank an Jesus, der dies alles mit seinem Tod am Kreuz möglich machte. Ja, wie wunderbar. Doch Gott eingreift in Menschenleben und in Situationen. Gott kümmert sich auch um unsere Finanzen, wie dieses Zeugnis zeigt. Vor einigen Wochen bat ich um Gebetsunterstützung. Ich war in einer schwierigen finanziellen Situation. Und was soll ich sagen? Meine Finanzen sind besser wie je zuvor. Ich habe einen Käufer für mein Haus gefunden und meine Wohnung, welche ich immer wollte, gehört jetzt mir. Außerdem habe ich ab Juli einen neuen Job mit einem tollen Gehalt. Ich bin so dankbar. Ja, und das kann man wirklich nachvollziehen. Wohnung gefunden für Enkel. Eine Oma berichtet. Herzlichen Dank für das Gebet und die tröstenden Worte. Meiner Enkelin geht es wieder besser und gleichzeitig haben zwei weitere Enkel eine Wohnung bekommen. Ein Wunder bei der heutigen Wohnungsnot. Ja, das ist wirklich eine Enkelversorgung hier. Eine Frau berichtet von einer Heilung in der Gebetsnacht. In der letzten Gebetsnacht wurde mein Mann geheilt. Er hatte seit Monaten immer einen Schmerz in seinem Bein bekommen, sodass er immer einknickte. Dieser Schmerz ist seit der letzten Gebetsnacht verschwunden. Während des Gebetes von Daniel. Er konnte es nicht fassen, wollte aber abwarten, ob der Schmerz auch wirklich weg ist. Er ist geheilt und freut sich täglich daran, dass er ohne Schmerzen aufstehen kann. Danke für euren wertvollen Dienst. Der größte Dank gilt jedoch unserem Herrn, denn er ist unser Heiler. Ja, und das ist wahr. Wir beten so gerne für Menschen und natürlich freuen wir uns, wenn wir eine Reaktion bekommen. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, und wir hatten es von der Wahrheit. Ist dir wirklich bewusst, welche Wahrheit in dir lebt und welche Wahrheit kommt aus dir heraus. Nicht immer die, die in dir lebt, sondern das, was du rauslässt, das, was du erlebt hast. Die Wahrheit kommt raus und werde dir bewusst, dass du dich immer mehr an die Wahrheit, den Heiligen Geister in dir lebt, dass die aus dir herauskommt. Nicht das, was aktuell ist im Zeitgeschehen, sondern die Wahrheit vom Wort Gottes. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Wir freuen uns, dich am Sonntag 10 Uhr wieder zu sehen im Livestream oder komm doch einfach mal im Gottesdienst vorbei. Wir beten immer nach dem Gottesdienst für jeden, der gebeten möchte. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.